J credits ah und inkompetent hallo willkommen zu let's play mit deinem Tangibile und der David ja wir sind mittlerweile in der zelf vent的 folge ja sechsten Testkammer von Abschnitt 3 genau und es gibt wieder Torrets je ich gehe mal davon aus dass wir einfach so dadurch kommen ich dachte die können nicht durch die Treppe durchschießen okay das macht Sinn und jetzt muss ich wahrscheinlich mein Portal setzen das wir dann durch können das war mal wieder zu offensichtlich so hier geht es weiter ich habe auch genau gewusst warum ich nicht weitergehe oh man alter warte mal okay oh hier ist hin wieder nein m er ist das dritte mal er ist er er war ein Mann in der schon wieder welche ja warum hast du deine Portale gelöscht so weil ich vergessen ja hier muss man das machen ich habe sie nicht gelöscht jetzt bitte nicht stören warte mal wo stehen die denn ach sie stehen auf beiden Seiten ja wahrscheinlich muss ich dann auch eins machen Moment so ganz easy so jetzt schießt du ach so nein da geht ja das weg scheiße schieß einfach eins da rüber sie hätte du hättest es von da nehmen können oder ja genau schließlich dahin und dahin so hallo guten Tag wie geht's dir denn heute hallo alter auch zum nächsten oder sind wieder welche und das Wasser und könnte das Wasser nennst dann will ich nicht wie deine Klospülung aus das ist doch Wasser wird das eher scheiße vermengt mit 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 Kotze es ist halt ein bisschen dreckig ja wo müssen wir denn rauskommen einfach mal da ich werde verarschen hallo ho 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 sie haben mich im Visier komm einfach her und jetzt muss ich das gelbe vermutlich das gelbe oh ja das rote hierhin aber wie kommen wir es darüber ohne dass die Toads uns auf den Sack gehen da oben ist noch eins warte ja okay dann musst du die irgendwie blocken nochmal warte mal es kann zu Ende oh oh sie schießt auf mich warum hat sie denn jetzt ganz plötzlich auf mich geschossen eben hat sie mich noch nicht treffen können warte kann man kann man vom Anfang aus kann man da welche hinsetzen nein da habe ich gerade merkt schon dann durchrennen würde es auch nicht bringen denke ich mal dann warte wo kann man den noch platzieren ja hier ja schlaue Menschen ja und was bringt uns das jetzt ein rotes Dein ach so ja klar das muss ich welches also da oben ja ja klar ja das war wieder zu offensichtlich oder so ein Knopf den wir drücken müssen m m Prozent 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 Euro ein Grund der Ballrausch der Kumpel aus Prozent dort sind muss auch nicht sagen wie ich nun beim Einstiegszeit mit Holz Anlage gebaut hat die ganzen alle alle zehn Prozent so ein bisschen Ja, ich würde mal sagen, du musst gleich die wegmachen. Und dann musst du auf den Knopf drücken und das dann sofort wieder dahin machen. Oder du machst weg, ich drücke auf den Knopf und du machst dann die Barrikade wieder dahin. Ja. Mach weg. Wieder hin machen. Und einer muss den Knopf... Oh Gott. Okay. Ging ja einigermaßen. Ah, oh, oh. Oh, der wäre fast runtergerollt. Und jetzt ganz schnell wegmachen und dann durch den Knopf drücken. Ah! Oh, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse dieser Test geliefert hat. Jetzt ist er nutzlos. Das ist die Geräusche, die die da noch immer machen, ey. Okay, jetzt aber weiter. Falls ihr euch über den Geruch wundert, so riecht menschliche Angst. Der Geruch sprechen hier. Der Geruch spielt mir. Oh. 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 ARD Text im Auftrag von Funk Das bringt nichts Voll unlogisch Hier ist ein Gitter Die kann nicht durch ein Gitter durchschießen Voll unlogisch Ach du Kacke Hast du mich jetzt erschreckt Sorry Wie kommen wir erst da hoch? Ich hab mich getroffen Wir müssen Ach ja ist ja ganz klar Warte Das bin ich wieder unten Super Warte Da ist ein Ich mach's einfach nochmal Ah da muss man Da muss man auf den Boden Du musst doch vielleicht hier Das Rote Halt dann hier erstmal aufhören Alter Das Rote Hm Wieso Du bist eher Ach so Ja Wahrscheinlich musst du die setzen Aber das wird ziemlich gefährlich Das ist ein ziemlicher Kack mit diesen Kackteilen da ey Na und wenn ich durchgehe und du setzt es dann um Rote Das wird nicht schnell genug gehen oder? Ja probier's mal Ich geh jetzt durch ja und du musst das Rote dann umsetzen ja Okay Los schnell Ja das wird zu spät Okay Zack jetzt ja Aua Jetzt War zu spät ich wurde getroffen tut mir leid Jetzt Okay Oh ich hab die Die Töten mit Geil Okay Dann äh Kannst du erst dein Portal umsetzen Äh kannst Lass dir einfach ins Wasser fallen Ja ich weiß Gut Ich muss ihn nur benutzen Aber Gut Wig dich Okay 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 Ich kann es so machen Und so Und das kannst du Wo muss ich denn hin Na Soll ich nochmal zu dem Hopfding Ja und jetzt ein bisschen rechts Da kannst du es hinschießen Ach da kann man auch hinschießen Okay Aua Oh alt du Äh alt du Äh alt du Ey Das war ja sehr ätzend Noch einfacher Und es sind keine Tests mehr Äh mach das mal bitte gerade Geht das? Äh Äh Gut Sauber Okay Was hat also auch Das ist wie der Charakterist Alter Die können wir uns Aber vom Ja Genau Ähm Höher Sicher? Was ist passiert? Was ist passiert? Das Tandle Äh Ist das? Äh wo? Wo denn? Mach nochmal Das da? Das da Ja springen Also halt runter Ah okay Ähm Da muss vermutlich einer dahin Und wo kommen wir dann hin? Ich geh einfach mal hin Warte mal Warte mal Ich hab eine Idee Nein 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 bitte müssen wir den Anfang jetzt nicht noch Ach so der ist ja die Vollwertung Oh nee oder? Ja okay Ich hab geglaubt das ist auf der gleichen Höhe Ja okay jetzt hälst du nochmal äh das Teil? Ich hab nämlich ne Idee Äh nein Das ist aber leider bisschen zu weit hinten Tiefer Bisschen tiefer So Oder es geht da drauf? Huh So Okay von hier aus treffen die mich nicht Alter was zur Hölle Hm Okay die kommen also da raus Durch dein Portal hin Wo muss das Zeug denn hin? Warte mal Warte mal ich hab eine Idee Ähm Lass das Rote mal Und drück auf den Knopf dann Fahrer hoch Ah doch nicht Ich hab geglaubt die fliegende Ah warte Kann das nochmal dahin denken Warte Nein Das ist uns gescheit Ah warte ich hab die Idee Bleibt man da So Jetzt so Knopf drücken Du darfst nicht noch mal da drauf stehen Bleibt da drauf stehen So Jetzt sind sie jedenfalls bei dir Was bringt dir das jetzt? Wo müssen die überhaupt hin? Ne Ich hab mal gedacht Ja ich kann eins da drauf legen Du musst auf jeden Fall Es noch hier irgendwo rüber Irgendwie rüber So ja klar Dann musst du es da drauf legen Dann musst du jetzt einfach hier her kommen Dann schieß Kannst du dahin ein Portal schießen? Ähm Warte Ich schieße das Rote dahin Und dann kommt das Gelbe dahin Kommst du her Okay sauber Und jetzt müssen wir einfach Ich glaub das reicht mir Einfach dahin rennen Aber das sind halt Turrets Ne warte 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 Nein warte bleib stehen Kann man die irgendwie blocken? Ja die kann man blocken Ähm Genau Eins Nein Nein Jetzt gibt's nein Okay Yolo Komm her komm her komm her Mann du musst zu zweit sein Oh ne Ach du Kacke Jetzt sind ja noch die Turrets wieder Warte ich äh Muss die wieder blocken So So Äh Setz du bitte das Portal oben hin Hab ich ja Ach hast du Und dann Ah ja passt O O O O Okay wir müssen gleichzeitig los wenn das Reihen es geht Naja Okay warte Ach so Oh Das Knappalder Du musst Da immer das Portal insitzen Sicher Ja dein Geld ist Ich bin das Na das wenn wir hier stehen dass sie nicht schießen Weimfelskosten Bis weiter unten Ein bisschen weiter höher Ein bisschen weiter höher Gut Okay Ich mein Countdown ja Ja Bei go Glückwunsch Glückwunsch Oh Oh Ah rein Also nochmals Glückwunsch zur Bewältigung der defekten Primitiven Tests Ja das ist ja gut Okay Ach ja Ja das soll äh Anders bis das wissen wir schon Oh 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 Ja ganz sicher Ja 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 das ist schon klar Und das ist auf jeden Fall Sicherheits-DVD Nicht irgendwie so Geheimen Sprengstoff-Codes für Raketen Was was Oh guck mal Boah wie so klug ey Da muss wahrscheinlich wieder so ein Würfel rein Da muss wahrscheinlich wieder so ein Würfel rein Da nicht wieder drüber geben Oh Oh Nein da ist so ein Gitter Ach ja Ich bitte auch blieb Aber man kann hier rein Aber man kann hier rein Ach doch Nein Ach doch Tch 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 Ach lol Zum Frühjahr Tch 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 Wändersatz Tch Abstab platinum drei verschiedene Wege auf jeden Fall wenn man sich nicht mehr nun aber dafür zu glauben zunächst gibt es irgendwo kann man da oben Portalen setzen nein ein komplett dunkel gibt es hier geht sich ach lol nachher ja logisch ich muss hier noch ein Portal setzen auf der Seite ach so was ach 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 ich muss noch ein Portal durchschießen ja ok äh schieß mal bitte äh äh gib mir das mal durch du kannst doch hier durchkommen das weißt du nein gib mir das oh hab ich die jetzt? gib mir die danke so dann hätten wir das schon mal die muss jetzt vermutlich hier rein doch und das ist offen vom Laser zerstört deswegen hm da werden auf jeden Fall Kugeln geschossen ach du scheiße warte ich versuche mal eine aufzufangen fangeln geht nicht auf jeden Fall müssen wir da wieder eine Kugel reinhauen das müsste möglich sein doch also ne es ist nicht hm hier steht online hier ist so eine Brücke eine Brücke das passiert wenn man hier drauf drückt das ist ja ein Problem ich habe darauf gedrückt und da ist ein online gestanden ok hoch warte nein bringt uns das irgendwas ach ja doch klar so ich muss mir setzt du dein Portal da drüben hin ja ich habe durchgebracht jetzt ein Portal dahin und da oben hin da oben hatte ja genau das muss man ihn noch auffangen ja nur fliegt die Leute bis sich nicht versuch's nochmal da komm ich da komm ich nie dran leider oh und dann dein Portal hier hinsetzen das geht nicht oder hier hin nein da komm ich nicht hin ähm aber warte ähm gibt es noch irgendwo anders die Möglichkeiten ein Portal zu setzen also ich komme hier hin hier hin hier und hier hin ähm ähm ansonsten warte ich möchte mir was ausprobieren schade ich will auf das Geländer drauf geht aber nicht das muss doch hier mit dem Online-Wacken aufsichern ich werde das Teil hier das da das ist die ganze Zeit hoch und runter gefahren und ist nur da und dass die ganze so offenschein habe ich drauf drückt und seitdem ist es da fest aber oben sie da auch noch teilen und vielleicht warte mal dass ich hier rankomme gibt es das Jochen kommst du denn kommst du da dran wenn das dann da ist um ob so schluss abzahlen und nicht aber ich habe eine idee diesmal der rotes da dran so dass es gibt nicht so steil scheißen und wenn du so ein bisschen weiter oben hinsetzt geht nicht oh doch und und wie kommt man denn da dran das ist leider zu hoch also von hier aus kann man auch nicht dahin schießen das muss doch irgendeinen nutzen haben dass der ball genau dahin fliegt und wenn du wenn du das portal wenn das wenn der ball hier oben rauskommt wird das portal dann wird ein rotes da hinsetzt wenn der ball rauskommt also wenn also ich habe stehen sagt mir genau Bescheid wenn er da hinten kommt ja also ich sag dir Bescheid wenn er bei mir reinfliegt jetzt kannst du machen nein nein warte noch du musst wieder umsetzen ja wir haben es aber jetzt okay gut äh oh ich habe vergessen zu sagen sorry jetzt boah das ist doch so knapp ey dass er den berührt dass er da die barriere berührt jetzt naja ich habe nicht darauf geachtet jetzt ach ich weiß was ich falsch mache ich muss das ein bisschen höher setzen ich kann das ja ein bisschen höher setzen okay ich weiß du kannst du sogar noch ein bisschen höher setzen jetzt das war ein bisschen zu früh nein hat es gar nichts gesetzt ach geht aber okay hab's oh endlich ey das war aber schon nicht gerade einfach okay hebel ich mach einen countdown komm bitte kommt das nicht doch ein Rätsel natürlich kommen wir noch ein Rätsel da also hier ist nur hier ist hier ist eins hier ist zwei hier ist auch zwei wo ist die andere eins ist auf jeden fall ganz klar was wir machen müssen wir müssen irgendwie du musst einfach von da oben in dieses portal springen also das war jetzt aber oh scheiße das Jan ich ja aber ich sollte sagen das wäre so schön gewesen dass es ihr klappt hätte gest66 mal was ist aber man hat mich aber hätte ich meine Idee ich würde in denen ich habe eine Idee ich meine ich habe eine Idee ich habe eine Idee ich habe eine Idee ich habe eine Idee ja ist gut wir haben es verstanden so muss das ja das war nicht die Idee aber gut ist was ist denn eine Idee da wollen wir spielen wenn man sich nicht funktioniert was ich nicht meine Idee dann ist meine Idee ok da kann man sich auch hin was warte ah ich weiß was du vor hast es klappt aber noch nicht so ganz was wenn ich da mein portal dahin tue kannst du dahin springen kann da rein springen ja aber du musst es warte du musst es dann umsetzen wenn ich das sage ja ok jetzt jetzt nein oh fuck das war sorry hat mein brain wieder ausgesetzt kurz was hast du gemacht warum bist du vorbeigesprungen jetzt 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 Städte was von einem Land ja gar nicht sein ich dumm erchen die Folgeschmiede viel zu lange aber was hat sich mit dieser Einzelaufsicht das ist eine gute Frage glaubst du dass wir genug Speed aufbauen können jetzt bin ich hier auf jeden Fall stehe ich hier drauf um was ich weiß noch nicht ob das so ganz gewollt ist aber ich stehe hier gerade auf so einer Säule drauf ach ja ja ich hab's ich hab's setz hier bitte ein Portal hin also mit der Brücke wo ich stehe oh da geht's aber nicht weiter komm ich nicht dran vorbei schade 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 das wär cool gewesen naja ich hab eine andere Idee ich setz noch mal da dein gelbes hin wo du jetzt grad bist ähm und komm wieder zurück durch das gelbe ja guck mal wie das aussieht hiermals zu meinem Portal zum roten schade nein du sollst nicht ins Rote reinspringen du sollst aber da drohe ja ich wollte eigentlich nur nebenlanden ach schade da haben nämlich nur die Beine aus dem roten rausgeguckt selbst für das gelbe ist dahin meinst du dass man dann in dieser Schräge dagegen fliegt wenn man dann rüber katapultiert wird wo wir müssen es bald schaffen die Fall ist nicht und nicht mehr also es kann sein dass jetzt hier irgendwann ein Karp entsteht will ich mal sagen dafür entschuldigen wir uns und es geht in der nächsten Folge also nein ich werde ja falls also wir sind ja schon bei 31 Minuten Zeit ja dann würde ich jetzt kap ja okay stimmt das Recht an diese Folge ist hiermit zu Ende ja mit einem offen Ende diesmal er sieht dann nächste Folge wie es weitergeht das wir schaffen so wir schaffen es nicht einfach nicht viel möglich da so viel Spaß noch auf der Hauptspiel jeder hat schafft